Die ganzen Monate hier, bis jetzt, waren natürlich phänomenal. Ich kann mich keine Sekunde beschweren und ich hoffe natürlich, dass es einfach so weiterläuft. Wir sind sehr glücklich, dass er jetzt Profi-Vertrag unterschrieben hat, dass er aus dem Campus seinen Weg gemacht hat und die erste Mannschaft verstärken will. Er macht das sehr gut, er weiß genau, was seine Stärken sind. Ich fühle mich natürlich großartig, es hätte niemand erwartet vor einiger Zeit, dass es jetzt so kommen wird. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr und ich hoffe natürlich, dass es jetzt genauso gut weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Julian und ich sprechen jeden Tag, unterhalten uns über jeden Spieler und natürlich ist er auch sehr glücklich, dass Stani das sehr, sehr gut macht, dass er sich im Training, in der Vorbereitung aufgedrängt hat und hat sich natürlich auch für ihn angesetzt.